Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, heute habe ich wieder ein Quiz, wie welcher Fußballer findet ihr besser? Und zwar zwischen FC Bayern München und Liverpool. Ich zeige euch Spieler wie hier, wie Leroy Sané, Sadio Mane, Manu Neuer gegen Ellison oder Lewandowski gegen Salah. Und ihr sollt für euch entscheiden, welchen ihr besser findet. Schreibt eure Favoriten in die Kommentare, dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, liebe Fußballfreunde, das war's für heute. Welche Spieler sind eure Favoriten? Mehr von Bayern oder mehr von Liverpool? Wollt ihr zwei andere Teams? Schreibt es in die Kommentare. Hier seht ihr gerade zwei Playlist-Vorschläge und einen Video-Vorschlag. Könnt ihr euch mehr gerne anschauen. Und nicht vergessen, meinen Fußball-Kanal zu abonnieren. Danke euch. Bis bald. Tschüss.